Oh ne, greed Aber ich glaube Es ist ein bisschen anstrengend Aber die Tiers, die hier durch die Pampa fliegen, das ist phänomenal Oh, jetzt kann ich aber nochmal Ne, dann, wenn ich jetzt bei Mom bin, dann kann ich hier nicht mehr zurück Dann muss ich jetzt zocken Dann werde ich mir das Book of Shadows aber für Mom aufheben, weil ich bei Mom noch nicht weiß Wie weit Wie ich da jetzt irgendwie Gut, äh Rumkomme Pretty fly Haben wir ja eh schon Ja, ne, also Ich werde jetzt alles verzocken Weil nach Mom kommt ja so Oh Ja, legendär Ich komm nicht klar Das ist ja der Wahnsinn Ja, komm Oh, dann gehen wir mit ganz gut Leben und dem Book rein Ei, 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 ei Das könnt ihr mir wirklich glauben Aber Ich glaube schon, dass der Schaden Dementsprechend sein dürfte Boah, jetzt noch ein Damage ab Und ich glaub, ich bomb hier Alles auseinander Mal gucken, mal gucken Ach, der Run gefällt mir eigentlich doch ganz gut Hätte ich nicht gedacht Hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt so schnell nochmal so einen guten hinkriege So, die letzten Coins werden noch verbraten Und der letzte Coin ist verbraten Dann können wir das hier alles sprengen Nochmal zwei Bomben Tja, und noch ein Coin So, dann sind wir bereit für Mom Hey, ich komm nochmal zu Mom Hey, 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 hey Das ist gar nicht so schlecht Das ist gar nicht so schlecht Ah, der Run gefällt mir Macht gerade richtig, richtig viel Spaß Ich wusste genau, warum ich Isaac anmachen will Ich hab's zwar am Anfang direkt verkackt Aber danach ging's richtig, richtig bergauf Puh Let's do this Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020